Der Ofen ist kaputt gegangen. Wenn ich ihn in diesem Zustand anzünde, fülle ich den Raum mit Rauch. Warum nicht? Es könnte uns eventuell ja weiterhelfen. Ich brauche etwas, mit dem ich ihn reparieren kann. Naja, so ein rauchgefüllter Raum, dann sterben wir ganz langsam an dem Rauch, weil wir ersticken und... Das wäre doch eigentlich ganz nice. Weil wir wahrscheinlich eh... Was kommt mir bloß in den Sinn? Kann ich denn die Dinger anzünden? Huch. Quatsch. Hör auf. Inventar, Feuerzeug benutzen. So, und jetzt? Was kommt mir bloß in den Sinn? Naja, ein bisschen Feuer machen und eventuell was töten, was gleich auf mich zukommt. Gibt es nicht irgendeine Tipps in diesem Spiel? Ganz kurz. Es gab doch Tipps, oder? Schauen wir mal kurz. C ist Hocken. H ist Online-Hilfe. Was ist denn mal? C Hocken? Wir können uns ja echt hinhocken. Cool. Und, äh... Bei H passiert nichts. Errungenschaft freigeschaltet. Raiders of the Lost. Ja, danke. Ich, äh... Brauche... Hätte gerne eine Hilfe. Optionen. Hilfesystem. On. Ich komme nämlich absolut nicht mehr weiter hier. Hilfslevel abgeschlossen einfach. Keine Ahnung. Bitte eine Taste dafür. Ja, das ist doch dann... Ähm... Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, auf welche Taste das gebunden ist. Ist das jetzt auf A? Die Leuchtquelle im Wasser scheint auf etwas zu zeigen. Okay. Vielleicht sollte ich mir das mal genauer anschauen. Ähm... Es sieht so aus, als wäre dort etwas versteckt. Ich sollte ein wenig Staub strühen. Ah. Um herauszufinden, ob es stabil ist. Ob es stabil ist? Hä? Das zeigt auch den Raum da drüben. Aber... Mit Staub. Wir haben noch sowas ähnliches wie Staub. Wir haben noch hier die Sägespäne. Und diese könnten wir doch... Hier drüber streuen. Wie nichts zu machen. Bist ihr dir da sicher? Ich meine, was anderes hätten wir ja hier nicht. Oh. Das Sägemal setzt sich an einer unsichtbaren Brücke ab. Können wir denn da drauf laufen? Ein Kreis aus klarem Wasser. Seltsam. Es sieht aus, als wäre das stehende Wasser in der Mitte völlig klar. Aber... Ich könnte es fast trinken. Naja, ich wollte das Wasser jetzt nicht unbedingt hier drin trinken. Können wir denn jetzt noch mehr auf der... Na, jetzt muss ich erst mal meinen... Ich brauche mehr Sägespäne. Dafür. Dafür brauche ich mehr Sägespäne. Und nehmen wir noch ein paar mit. Ich werde einfach welche nehmen. Das ist eine gute Einstellung. Ich gehe mir in irgendwelche anderen Häuser und nehme Sägespäne mit oder so. Das ist von daher dann kein Problem. Sägespäne benutzen. Nichts zu machen. Geht wohl nicht weiter. Ich bin jetzt mal so dreist und benutze weiter in die Hilfe, da ich... Das ist ja ein komisches Rauschen. Ja. Ja. Habe ich das nicht schon gemacht? Mein lieber Freund. Ich habe nämlich auch gehört, dass das Spiel... Ja, das macht keinen Sinn. Du machst keinen Sinn. Ich habe nämlich gehört, das Spiel soll gar nicht so einfach zu lösen sein. Mit den ganzen Rätseln. Das kommt mir bloß in den Sinn. Mein Gott, was soll ich tun? Mal ehrlich jetzt. Wenn ich hier die Hilfe benutze, kommt es aufs Gleiche hinaus, oder? Ja, 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 ja. Können wir denn hier mit irgendwas machen? Nein, können wir auch nicht. Oh, diese Atmosphäre in diesem Haus, die bringt mich irgendwann um, glaube ich. Ähm... Ähm... Das, das wir gebrauchen könnten, glaube ich. Oh, ich mag... Wie gesagt, ich mag diese Stimmung in diesem Haus überhaupt nicht, weil... Ich habe dauerhaft Gänsehaut gerade, wirklich. Ah, gut, das gehört zum Hof nicht. Ich dachte eben, das wäre... ...irgendwas anderes gewesen. Oh. Es ist eine Vase mit ein paar Blumen drin. Okay. Merkwürdigerweise sind sie nicht in der Dunkelheit verwelkt. Können wir die mitnehmen? Ich kann das nicht nehmen. Können wir damit irgendwas benutzen? Nein, können wir auch nicht. Oh, da steht was drauf. Ein altes Taschentuch. Oh Gott. Obsessed by such purity, me stretched out his arm and out himself with a heated blade. At last he had... Was steht da? Fulfilled the right. Only when he had seen his own blood polluted the lymphed water, he realized he was drawing to the truth. Bitte was? Also mein Englisch ist ganz okay eigentlich, aber da gab es jetzt erstens ein paar Sachen, die ich nicht verstanden habe. Und zweitens hat er sich einfach nur krank angehört. Was auch immer die davor hatte. Kann ich denn hier irgendwas nehmen? Kann ich die Leiter nehmen? Einfach verschwinden? Oh. Ah ne, das war die Tür zum Lager. Oh. Hier haben wir noch was. Können wir das denn... Moment, da hinten ist eine Tür zum Lager und hier ist ein Lager. Untersuchen. Ein stabiles Vorhänggeschoss, das mich davon abhält herauszufinden, was sich in diesem Lager befindet. Okay. Sonst nichts? Nehmen kann ich das wahrscheinlich nicht. Okay. Och, was, was, was? Hat er was anderes gesagt? Da ist wahrscheinlich etwas drin. Vielleicht nur eine alte, verholtete... Ach, alt verrottete Holzstückchen. So. Das Ding ist ja ziemlich alt. Eventuell können wir das hier kaputt schlagen. Das wird nicht klappen. Naja, mehr wie diese Sache mit dem hier, ähm... Das Sägemehl hat gerade eine leuchtende Brücke offenbart. Ah. Sie war die ganze Zeit dort. Ähm. Ich weiß ja nicht, was das jetzt alles bringt und was ich hier tun soll. Und ich komme einfach nicht weiter. Ich meine, ähm... Was könnte ich denn jetzt noch, äh, machen? Ich weiß nicht, wie ich den Ofen reparieren soll. Schauen wir mal kurz in unser Inventar. Wir haben ein klappbares Jagdmesser. Können wir denn die Dinger da reinlegen und dann anzünden? Das macht keinen Sinn. Du machst keinen Sinn. Ich sag's dir doch. Das ganze Spiel macht absolut keinen Sinn. Und was mache ich mit dieser Wassersäge, bitte? Verrottete Bretter. Diese Bretter sind wirklich stark heruntergekommen. Noch was zu sagen? Was so? Sie sehen völlig verrottet aus. Ja. Nehmen wir sie einfach mal mit. Können wir nicht mitnehmen. Benutzen. Ich kann das nicht benutzen. Können wir denn... Oh, da war schon wieder so ein komisches Rauschen. Können wir die denn in Brand setzen? Funktioniert das? Das wird nicht klappen. Doch, das würde klappen. Nur du willst nicht, dass es klappt. Anna. Oh, da. Na. Na.